Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Leben lieben, der Podcast für Dein liebens- und lebenswertes Leben. Mein Name ist Andrea Löffler und ich freue mich, dass Du diesen Podcast hörst. Viel Vergnügen! Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Leben lieben. Heute mit einer Folge über das Thema Gelassenheit und wie sie sich entwickeln kann und ich habe da ein paar Missverständnisse aufzuklären und auch sieben Fragen für Dich. Ich sitze gerade hier in meinem Lieblingssessel und ja, dieser Sessel heißt Beppo, also ich habe ihn so getauft, Beppo, und zwar aus dem, kennst Du vielleicht das Buch Momo, da gibt den Beppo, den Straßenkehrer, der immer sagt, Du musst die Straße Besenstrich für Besenstrich kehren und nicht die ganze Straße auf einmal sehen. Das ist für mich so ein gutes Bild für Gelassenheit, aber was es noch damit auf sich hat, davon will ich Dir heute ein bisschen erzählen. Ich habe bei der Vorbereitung zu diesem Podcast was festgestellt, nämlich dass ganz viele Menschen mit dem Thema Gelassenheit etwas ganz Unterschiedliches verbinden. Und ich kann Dir natürlich nur meine Sicht von Gelassenheit erzählen, meine Erfahrung als Andrea, also meine Lebenserfahrung, aber auch mein Expertinnenwissen von über 25 Jahren. Aber gerade nochmal zu meinen Vorbereitungen und was mir dabei aufgefallen ist, mir ist nämlich wichtig, dass ich Dir erstmal davon erzähle, was Gelassensein oder Gelassenbleiben oder eben auch Gelassenheit nicht ist. Denn dort stelle ich immer wieder Missverständnisse fest, was Gelassenheit nicht ist. Gelassenheit stellt sich nicht ein, indem ich so tue, als würde ich mich nicht ärgern oder als wäre ich nicht frustriert, als wäre ich nicht gestresst oder was ähnliches. Also das so tun, als wäre ich gelassen, stellt keine Gelassenheit dar und stellt auch keine Gelassenheit her. Es hilft auch nicht, wenn jemand mir einreden will, ich soll doch etwas gelassen sehen, obwohl ich deutlich in mir spüre, dass ich eine bestimmte Reaktion auf eine Situation hin in mir erlebe. Also, dass ich zum Beispiel wütend bin oder frustriert bin oder eben gestresst bin oder, oder, oder. Du ahnst wahrscheinlich schon, um gelassen werden zu können, muss erstmal alles andere auch da sein dürfen. Also auch der Frust, die Sorge, die Wut, die Angst, der Stress und so weiter und so fort. Dazu komme ich aber später nochmal. Gelassenheit ist also ein Weg zum Erlangen einer inneren Haltung, so würde ich das mal beschreiben. Also es ist nicht automatisch ein Seinszustand, weil ich so ein Bild von mir habe, ich müsste auf alles gelassen reagieren oder weil das vielleicht andere auch von mir erwarten oder auch so ein Bild von mir haben, sondern Gelassenheit ist eine Haltung. Ich möchte gerne noch ein bisschen was über die Missverständnisse sagen und die auch benennen. Ganz häufig erlebe ich, dass Menschen Gelassenheit mit etwas verwechseln und dazu möchte ich gerne sagen, mit was es auch verwechselt werden kann. Zum einen mit Gleichgültigkeit. Also Gleichgültigkeit im Sinne von mir ist egal, was passiert, ich lasse alles an mir abprallen. Das ist nicht Gelassenheit. Dann gibt es sowas wie, ich nenne es mal wie eine gespielte Heiligkeit. Also so zu tun, als würde man über etwas drüber stehen. Das ist keine Gelassenheit. Als nächstes ist sowas wie eine coole Maske, hinter der aber keine Gelassenheit steckt, sondern eher sowas wie Unsicherheit. Aber um das nicht nach außen kommen zu lassen, gibt es Menschen, die sowas wie eine coole Attitüde an sich haben und als sehr cool dastehen. Ja und dann gibt es natürlich noch die Dissoziation. Und diesen Begriff erkläre ich gerne kurz. Ich kann darauf nur kurz eingehen. Dissoziation bedeutet, Gefühle abzuspalten. Und das hat immer einen guten Grund, nämlich aufgrund von schmerzlichen Erfahrungen in der Vergangenheit und um den Schmerz nicht mehr fühlen zu müssen. Da ist die Seele des Menschen sehr schlau und die betroffene Person, die diese schmerzlichen Gefühle hat, meist aus einer traumatischen Erfahrung heraus, muss dann abspalten, was sie fühlt. Das kann sich ganz blitzartig auswirken und das wird fälschlicherweise auch als Gelassenheit gedeutet. Ich komme nochmal darauf zurück, dass echte und wahrhaftige Gelassenheit etwas braucht von dir. Nämlich erstens die Bereitschaft, erst einmal alle Gefühle zu fühlen und zweitens eine Entscheidung. Nämlich die Entscheidung aus der Frage heraus, wie gehe ich nun weiter mit der Situation um. Ich nenne mal ein Beispiel, was ich vor ein paar Tagen beobachtet habe oder was mir zugetragen wurde. Eine Klientin von mir hatte gerade endlich mal Zeit gefunden, ihren Flur zu putzen. Sie hat ziemlich viel zu tun und ja, das Thema Haushalt und Putzen, das ist eher auch ein etwas schwieriges Thema für sie, aus zeitlichen Gründen. Als sie endlich fertig war damit, kam ihr Sohn mit drei Kumpels rein in die Wohnung, also in den Flur. Und zwar kamen sie gerade vom Joggen mit ihren schlammigen Schuhen rein. Und wahrscheinlich ahnst du es schon, als meine Klientin die schlammigen Fußspuren auf dem Boden fand, war sie erstmal alles andere als gelassen. Was sie erlebte, war Wut und sie beschrieb mir ihren Zustand so, als hätte sie aus der Haut fahren können. Und ihre Frage an mich in unserer Sitzung war, wie kann ich beim nächsten Mal gelassen darauf reagieren? Darauf hatte ich leider keine guten Nachrichten. Wahrscheinlich wirst du beim nächsten Mal wieder nicht von Anfang an gelassen darauf reagieren, weil Gelassenheit kein Seinszustand ist. Aber lass uns doch mal gucken, wie du dann mit der Situation weiter umgehen kannst, um Gelassenheit zu entwickeln. Wahrscheinlich hätte es ihr nichts genutzt, wenn sie sich selbst übergangen wäre oder sich gesagt hätte, ich chill jetzt mal, oder ihr Sohn vielleicht noch gesagt hätte, Mutter, chill mal. Das hätte womöglich noch die Wut angeheizt. Was ich damit sagen will, ist, dass es erstmal wichtig ist, das Gefühl, was da ist, anzuerkennen, also mitzukriegen, dass es da ist und das auch anzuerkennen und es vielleicht sogar zu benennen. Und erst dann, im nächsten Schritt, braucht es eine innere und eine bewusste Entscheidung, nämlich, wie gehe ich nun weiter mit der Situation um? Verstärke ich die Wut oder heize ich sogar den Frust oder die Wut noch an? Begebe ich mich noch mehr in das Drama, indem ich das Drama noch weiter inszeniere, indem ich das also noch mehr verstärke? oder nehme ich einen Moment Abstand, atme erstmal und reagiere auf eine Weise, die mich mit der Zeit zufriedener und gelassener sein lässt. Das bedeutet nicht, dass man eine Situation wegmachen will, sondern das bedeutet einfach, dass man etwas in sich spürt und eine Entscheidung trifft, wie man nun weiter damit umgehen möchte. Denn es ist eine bewusste Entscheidung, in sich selbst hinein zu horchen und sich für oder gegen ein Drama zu entscheiden. Ich möchte dir noch ein zweites Beispiel von mir ganz persönlich erzählen. Ich bin immer sehr pünktlich. Am liebsten bin ich überpünktlich. Und warum das so ist, das ist eine andere Geschichte, die würde jetzt hier zu weit führen, erzähle ich vielleicht irgendwann mal. Aber dieses immer pünktlich sein wollen, das löst in mir sehr viel Druck aus. Also ich gerate da sehr, sehr schnell in Stress. Wenn ich zum Beispiel irgendwo einen Termin habe und in den Stau gerate, dann hat es in der Vergangenheit sehr viel Stress in mir ausgelöst. Ich habe in der Vergangenheit da wirklich auch die Fassung verloren. Für mich selber war das sehr, sehr unangenehm, aber auch für die Menschen, die das mit mir aushalten mussten. Jetzt an der Stelle danke an meine Kinder und an meinen Mann. Die mussten da schon einigen Druck von mir aushalten. Und wahrscheinlich lachen die sich an der Stelle auch gerade kaputt, weil es gibt so einen Insider bei uns in der Familie. Immer wenn einer von den Kindern irgendwo hinfliegt, um zwölf Uhr den Flug zum Beispiel kriegen müssen, dann sagen die beiden Mädels schon immer zu mir, dass es am besten sei, schon morgens um sechs loszufahren. Also mittlerweile können wir darüber lachen, weil ich in der Zwischenzeit gelassen geworden bin. Das wiederum heißt nicht, dass es mir egal ist, ob ich im Stau stehe und nicht pünktlich sein kann. Ich nehme den Druck ganz deutlich und bewusst wahr. Und ich empfinde ihn auch als sehr unangenehm. Aber ich entscheide mich dafür, dem Drama in mir nicht die Oberhand zu geben und stattdessen meinen Fokus auf das Atmen, also auf ich atme ein, ich atme aus zu lenken. Ich atme ein, ich atme aus und ich kann gerade nichts daran tun oder ändern. Und dieses bewusste Mitkriegen, Handeln und Sein, das ist ein Training, eine immer wiederkehrende Übung, deren Wirkung mit der Zeit eine neue Gelassenheit erzeugt. Es ist so ein bisschen wie, als würde sich ein neuer Boden in einem Selbst ansammeln, auf dem sich Gelassenheit mehr und mehr ansiedeln kann. Das Wort Gelassenheit beinhaltet das Wort Lassen. Und hierzu möchte ich dir nun sieben Fragen stellen. Und wenn du Lust hast, kannst du nach jeder Frage den Podcast mal anhalten und dir einfach mal ganz spontan aufschreiben, was dir in den Sinn kommt. Oder du lässt einfach das Ganze mal auf dich wirken. Manche Fragen sind auch so, dass du sie vielleicht gar nicht direkt beantworten kannst, sondern dass du ein bisschen darauf rumkauen musst. Die erste Frage, wie wäre es, etwas sein zu lassen, an dem du nichts ändern kannst? Die zweite Frage, was könntest du weglassen? Da meine ich zum Beispiel Aktivitäten, Dinge, etwas, wo du merkst, das kann ich einfach mal lassen, um dich freier und entspannter zu fühlen. Die dritte Frage, kannst du mit Menschen lassen, wie sie sind? Vierte Frage, kannst du dich selbst lassen, wie du bist? Die fünfte Frage, kannst du etwas gut sein lassen? Also, damit meine ich, kannst du erkennen, wann es zum Beispiel keine Argumentation oder keine Verbesserung mehr braucht, sondern dass du es einfach gut sein lässt. Die sechste Frage, was ist an der Zeit, losgelassen zu werden? Die siebte Frage, wann ist es angebracht, etwas stehen zu lassen? In dem Sinne, dass du eine Aussage von jemandem einfach stehen lässt, ohne darauf zu antworten, ohne darauf zu reagieren, sondern einfach nur stehen lässt und atmest. Ja, ich lade dich ein, dich mit diesen Fragen zu beschäftigen und dir mal aufzuschreiben, was dir dazu einfällt, ganz ehrlich mit dir selbst zu sein, dir bewusst zu werden, was diese einzelnen Fragen auch in dir auslösen. Einfach nur das, ohne was zu verändern, sondern einfach nur erforschen und mitkriegen. Wenn du bei deiner Erforschung und bei deinen Erkenntnissen Unterstützung brauchst, bin ich gern für dich da. Du kannst dich gerne an mich wenden. Ich weiß auch aus eigener Erfahrung, aber eben auch aus der Erfahrung mit anderen Menschen, dass Gelassenheit oder dass es Zeiten gibt, wo Gelassenheit ganz, ganz weit weg ist. Ja, vor allen Dingen dann, wenn das eigene Nervensystem sehr, sehr angekratzt ist. Dafür empfehle ich dir, nimm dir Zeit für dich und deine Entspannung, deines Systems. Ich verlinke mal in den Shownotes meinen Selbstlern-Online-Kurs, mit dem du ein Entspannungsverfahren lernen kannst, und zwar Schritt für Schritt, oder mit dem du eben sehr zur Ruhe kommen kannst, wenn du vielleicht gerade sehr aufgewühlt bist und wirklich weit weg von Gelassenheit bist. Ich kann dir diesen Kurs von Herzen empfehlen. Es ist ein Selbstlern-Kurs, bei dem du auch keinen weiteren Termin vereinbaren musst oder irgendwo hin musst, sondern den kannst du ganz bequem von zu Hause machen. Und der unterstützt dich sehr in deinem Bedürfnis nach Gelassenheit oder wenn eben Gelassenheit ganz, ganz weit weg ist. Ich hoffe, dass ich dir zum Thema Gelassenheit und wie du in deine Gelassenheit kommst, weiterhelfen konnte. Wenn du Fragen dazu hast, nimm gerne Kontakt mit mir auf. Wenn ich dich unterstützen kann, dann nimm auch gerne Kontakt mit mir auf. Ich bin gern für dich da. Ich danke dir für die Zeit, die du dir genommen hast, in diese Folge reinzuhören. Wenn diese Folge dir gefallen hat, dann hinterlasse doch eine gute Bewertung. So können auch andere, für die ein liebens- und lebenswertes Leben wichtig ist, meinen Podcast anhören. Ich wünsche dir alles Gute und ich freue mich, wenn du bei der nächsten Podcast-Folge wieder dabei bist. Bis dahin, hab's gut. Deine Andrea Bis dahin, hab's gut.